hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja heute haben wir den dritten dezember und wir machen das dritte türchen auf vom magitex advance kalender ich hoffe ihr schaut euch auch den anderen kalender an wo ich noch hochlade immer und zwar hatten wir am ersten dezember diese zwei karten parvat und grigoritsch gestern am zweiten hatten wir hier team leibold und saliv sané und wir schauen mal was wir heute drin haben den dritten dezember und zwar haben wir hier türchen nummer drei und wir nehmen es raus und haben wieder zwei karten drin und diesmal wieder ein bundesliga moment und zwar haben wir ruben hennings von düsseldorf so düsseldorf ein angriff wert von 77 und abwehrwert 38 mark wert von 6,5 geht schon dann haben wir hier noch last bänder von leverkusen mittelfeld da haben wir ein abwehrwert von 78 ein angriff wert von 57 mittelfeld spieler so das waren diese zwei karten am dritten dezember ein drittes türchen und wir haben immer noch 21 tage bis heiliger abend dann sage ich mal bis morgen und auf wiedersehen